Mein Name ist Silvia Renger und ich habe einen kleinen Schatz gefunden. Und zwar im Geschäftshaus Markt 8 in Wermburg. Und ich zeige euch jetzt mal wo. Entdeckt wurde der Schatz kurz nach dem Wintersturm, als plötzlich die Wasserleitung eingefroren war. Als die Familie im Dachgeschoss nachsah, das derzeit entkernt wird, fand sie einiges Überraschendes. Und zwar ein Gruß aus DDR-Zeiten mit alten Rezepten, leeren Suppengläsern und vor allem 13 Fotos einer Party. Wir möchten gerne wissen, welche Menschen auf diesen Bildern sind und was sie mit dem Haus zu tun haben. Wer also Personen auf den Bildern erkennt oder die Fotos sogar selbst geschossen hat, der wird gebeten, sich beim Wermburger Kurier der MZ zu melden. Vielleicht ist dann schon bald das Rätsel um den DDR-Fund auf dem Dachboden gelöst.